Es freut mich, dass wir unser Studium über die Haushalterschaft fortsetzen können und wir haben heute den Titel fliert vor den Wegen der Welt. Nun, das ist natürlich ein Wort, das, wenn ich jetzt die Welt nehme als Wort, das nicht viel aussagt. Was ist es, wenn die Wege eines Gläubigen genau dieselben sind wie die Wege der Welt? Was ist es, wenn die religiöse Welt, die meint, sie hat sich von der Welt getrennt, genauso weltlich lebt wie die Welt? Und das nicht aufgrund nur eines äußerlichen Verhaltens, sondern eines Herzenszustandes. Deshalb wollen wir uns heute nochmal erinnern, die Voraussetzung für eine Haushalterschaft ist, dass wir in unserem Herzen wissen, wir sind Geschöpfe. Das heißt, wir haben nichts und haben kein Eigentum. Das heißt nicht, dass wir nichts sind. Manche verwechseln das und sagen, naja, dann sind wir nichts. Nein, wir sind das aller außergewöhnlichste Geschöpf, das Gott gemacht hat auf dieser Welt. Aber ein Geschöpf kann nie etwas besitzen. Es ist immer Verwalter. Alles, was Geschöpf ist, unabhängig ob es materiell, lebendig oder unlebendig ist oder geistig, es hat und kann kein Eigentum besitzen. Das werden wir heute noch ein bisschen näher betrachten. Der Mensch hat die Fähigkeit, seine Aufgabe zu erfüllen und er hat auch die Fähigkeit, als er gemacht wurde, die Verantwortung gegenüber dem Eigentümer zu tragen. Wo liegt nun das Problem des Menschen oder wo liegt das Problem der Welt? Wir wissen alle, dass wir Bedürfnisse haben. Wir als Menschen sind nicht unabhängig davon, dass wir sagen, ich kann aus mir selbst leben. Sowohl die körperlichen als auch die geistigen Bedürfnisse sind ein absolutes Muss für den Menschen. Und jetzt wollen wir schauen, wie werden sie befriedigt. Und ich möchte das Ganze von hinten nach vorne. Das heißt, hier haben wir die Hirnrinde. Hier ist der Körper des Menschen in den zwei Hirnrinden reingesetzt. Und hier haben wir den Geist und der hat ein Bewusstsein und er hat auch ein Herz, das ist das Unterbewusstsein. Und sicherlich spielt all das, was wir tun, in unserem Herzen ab und wird dann bewusst. Ohne Bewusstsein können wir natürlich nie eine Entscheidung treffen, aber wir treffen die Entscheidung, ohne dass wir wissen, wie wir sie treffen. Und wir sagen, dass das Hirn mit Strom funktioniert. Dieser Strom kann sich das Hirn selbst nicht machen, also macht es der Geist durch sein Ja, Ja und Nein, Nein. Deshalb sagt Jesus hier in Matthäus 6, eure Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein. Weil er wusste, wie er uns gemacht hat. Er sagt, alles andere ist vom Teufel. Es gibt nur zwei Entscheidungen, die der Mensch treffen kann. Ja und Nein. Es gibt kein Ja. Es gibt kein Ja. Jede Entscheidung kann nur Ja oder Nein sein. Ich kann mir natürlich in diesem Augenblick für das Ja entscheiden und im nächsten Augenblick für das Nein, für dieselbe Sache. Aber jedes Mal, wenn ich entscheide, kann ich mich nicht gleichzeitig für Ja und Nein entscheiden. Es geht nicht. Es gibt auch keine Fähigkeit im Geist des Menschen, wenn er nicht diese zwei Dinge hat, zu wählen. Zu sagen Ja oder Nein. Wir brauchen für alle unsere Entscheidungen das Ja und das Nein. Weil eins oder das andere geht nicht. Und da wir ja zwei Hirnrinnen haben, muss der Geist Ja, Ja sagen und Nein, Nein. So, wie sagt er Ja, Ja und Nein, Nein? Durch seine Entscheidungen sagt er Ja, Ja oder Nein, Nein. Aber wie trifft er nun seine Entscheidung zur Befriedigung der Bedürfnisse und zur Erfüllung seines Auftrags als Haushalter? Er, haben wir gesehen, muss alles, was er tut, in Gewinn, Verlust oder Indifferenz, die Nulllinie tun. Deshalb muss er gewinnen, das heißt, das ist das Geben und wir haben gesehen, der Verlust, das ist das Nichtgeben oder das Behalten. Wir haben gesehen, der Haushalter kann seine Aufgabe nicht erfüllen, weil er Dinge behält. Die Diener, die Jesus die Talente gegeben hat, die Gaben ausgegeben, die es vermehren, das heißt, die Gewinn bringen, durch das, dass sie es geben, die sind, da wird Vermehrung stattfinden. Dort, wo man etwas behält, dort findet keine Vermehrung statt, dort ist der Tod. So, alle Entscheidungen treffen wir zwischen Gewinn und Verlust. Für Gewinn haben wir das Ja und für den Verlust haben wir das Nein. Und wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass wir einen Schatz haben müssen, das heißt, gewinnen müssen und Verlust vermeiden. Und ich denke, wir lesen das noch einmal, um die Erinnerung wachzuhalten aus Matthäus 6, Abvers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. So, das haben wir, glaube ich, ausführlich gesehen. Und ich konnte das an meinen Patienten sehen. Es gibt keine Krankheit aus Gewinn. Es gibt nur eine Krankheit, wenn der Verlust nicht vermeidbar ist. Deshalb sagt Jesus hier, wenn der Schatz ewig ist, das heißt, niemand kann ihn dir nehmen. Und ich denke, geben und nicht geben, unsere Taten kann uns niemand nehmen. Ist doch offensichtlich. Was wir tun, er arbeitet und er bringt den Schatz. Nicht das, was andere tun. Niemand kann einen Schatz haben durch das, was andere tun. Nur durch das, was er selber tut. Deshalb würden wir verstehen, dass alles, was wir tun, kann uns niemand nehmen. Würden wir in unserem Tun den Schatz sehen, nicht in dem, was wir behalten oder in dem, was wir bekommen, dann könnte uns den Schatz ja niemand nehmen. Weil mein Ja und mein Nein kann niemand an meiner Stelle tun. Deshalb sagt Jesus so deutlich hier, du brauchst einen Schatz. Aber der Schatz muss ewig sein. Wenn er nicht ewig ist, dann gehst du kaputt. Weil aus dem Herzen, haben wir ja gesehen, kommt das Leben. Und nun wollen wir schauen, wer bestimmt denn, wie ich die Dinge in Gewinn oder in Verlust tue. Was ist das Entscheidende im Geist des Menschen, im Unterbewusstsein des Menschen, was sein Leben steuert. Und hier sagt Jesus so, das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, das heißt ein Betrüger, so wird dein ganzer Leib fünster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhangen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da können wir sagen, ihr könnt nicht Gott dienen und der Welt. An einer anderen Stelle sagt die Schrift, wer der Welt dient, ist Gottes Feind. Und wer Gott dient, ist der Weltfeind. So, wir haben diese zwei Möglichkeiten des Dienstes. Aber was führt uns dazu, dass wir der Welt dienen? Und das ist hier das Auge. Deshalb sagt Christus sehr häufig. Und er ist derjenige, der das Auge gut oder böse nennt. Und er, genauso hat er Salomo das geäußert, als er sagte in Sprüche 4, Vers 20 und weiter. Mein Sohn, merke auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nicht vor deinen Augen fahren. Behalte sie in deinem Herzen. So spricht er von dem Auge als Sicht oder spricht er von dem Auge des Herzens? Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und gesund ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Tue vor dir den verkehrten Mund und lass das letzte Mal ferne von dir sein. Nun, das kommt aus dem Herzen. Lass deine Augen strax vor sich sehen und deine Augenlider richtig vor dir hin blicken. Ja, da geht es nicht nur um das physische Auge, da geht es im Herzensauge. So, Jesus sagt, du hast ein Auge im Herzen. Wir haben ein Auge im Herzen. Und bis ich das nicht an meinem Patienten gesehen habe, was dieses Auge ist, habe ich es nicht gewusst. Was meint Jesus hier mit dem Auge? Ist es Leibeslicht? Weil er nimmt ja nur einen Vergleich. Es geht ihm nicht um dieses Auge. Das können wir nochmal lesen in Markus Kapitel 7. Und da sagt er hier, ab Vers 20. Und er sprach, was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen unrein. So, das Schalksauge ist im Herzen lokalisiert. Ihr seht, das Schalksauge bestimmt alles. Ist dieses Auge nicht ein Schalksauge, sondern ein wahres Auge, dann kommt aus dem Herzen nur das Richtige hervor. Und jetzt wollen wir einfach sehen, wie dieses Auge ist. Und wir fangen natürlich mit dem guten Auge auf. Das Auge ist das Leibeslicht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. So, wir gehen aber von hinten nach vorne, um zu sehen, was das Auge letztendlich ist. Weil es muss ja ganz am Anfang stehen, alle Prozesse. So, wenn wir etwas in Gewinn und Verlust tun, dann muss davor ein anderer Schritt sein. Und der andere Schritt ist die Aktion. Das heißt, was tue ich? Wie tue ich, dass ich zum Gewinn komme? Ja? Die Aktion. Und vor der Aktion. Die Aktion ist nehmen, um zu geben. Das ist das Gesetz, das Gott festgelegt hat in allen Dingen dieses Universums. Alles muss nehmen, um zu geben. Die Aktion ist, ich nehme die Information und ich gebe sie weiter. Und dann geht sie in meinen Körper. Vor der Aktion kommt die Motivation, die antwortet, für wen tue ich, was ich tue. Und vor der Motivation kommt das Vertrauen, das zeigt, dass ich ein abhängiges Wesen bin, als Geistesgeschöpf. Weil alles ist ja abhängig, außer Gott, der unabhängig ist. So, das sind die Schritte von hinten nach vorne. Das heißt, am Ende ist das Hirn, davor kommt dann ja, nein, davor ist die Entscheidung, davor kommt die Eintragung in Gewinn oder Verlust. Ich trage einen Gewinn und Verlust, je nachdem, durch Nehmen und Geben tue ich das. Wie tue ich es? Die Motivation bestimmt das. Und was die Motivation bestimmt, ist das Vertrauen. Und was bestimmt das Vertrauen? Und das Vertrauen bestimmt das Auge. Deshalb mache ich es so augenförmig. Es sagt, ich bin ein Geschöpf Gottes. Das Auge ist die Identität des Menschen. Und habe ich die richtige Identität, dann sind alle diese Schritte bis zur Entscheidung richtig. Weil mit der richtigen Identität in meinem Unterbewusstsein weiß ich, dass ich kein Eigentum habe. Weiß ich, dass ich nichts herstellen kann. Deshalb gehe ich zu Gott, um durch Vertrauen zu nehmen. Und dann handle ich aus der Motivation der Liebe. Und aus der Motivation der Liebe entsteht nichts Böses, kann alles nur Gutes sein. So, das ist das gute Auge. Es ist bestimmt, durch wer bin ich? Und daraus erfolgt Vertrauen, Motivation, Aktion, Gewinnverlust, Entscheidung. So, das sind die Schritte unseres Herzens. Und ich bin auch immer dabei, zu suchen, wie kann ich es am besten in einer Grafik darstellen, dass es nicht missverständlich ist. Und dass ich alle Elemente in der Grafik drin habe. Und es wäre schön, hätte man mehrere Dimensionen, um das zu zeigen. Vielleicht eines Tages ist es so weit, dass ich das auch dreidimensional darstellen kann. So, das ist das gute Auge. Wer weiß, wer er ist in seinem Herzen, kann immer nur Gott dienen. Er kann niemandem anderen dienen, weil er weiß, er ist von Gott abhängig zu nehmen. Und wer abhängig ist von Gott zu nehmen, der nimmt die Liebe, der gibt die Liebe und er tut alles aus Liebe heraus. Weil von dort, von wem ich nehme, genau so handle ich. Und das habe ich gesehen in allen Situationen meiner Patienten. So kam ich und fand das Auge heraus. Es liegt also in der Identifikation. Jetzt, wie sieht das böse Auge aus? Und das böse Auge aus, das kommt natürlich vom Mammon. Das haben wir von der Schlange geerbt, als der Adam und die Eva sich ihm anvertrauten und auf ihn hörten. Und ich habe letztes Mal und vorletztes Mal dieses Bild gebracht der ersten und der zweiten Klasse. Das First Class fliegen oder der Economy Class fliegen. Und ich möchte das noch einmal klar machen. Gott hat uns, als er den Menschen schuf, in die Economy Class gelegt oder in die Business Class oder First Class, besser gesagt. Nun, als er den Menschen schuf, hat er in die First Class er gesetzt. Jetzt kommt die Schlange und sagt, du sitzt nicht in der First Class, du sitzt in der Economy Class. Es gibt noch eine höhere Klasse. Du kannst mehr aus dir selbst machen. Du kannst von einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Das war sein, seine Verführung. Das war das, was ihn dazu gebracht hat, zu denken, er könnte Gott werden. Und diese, genau diese selbe Idee führte den Menschen zu und erklärt den Menschen, du sitzt in Economy Class, während sie in der First Class sitzen und will ihnen zeigen, es gibt noch eine höhere Klasse. Aber Gott hat gesagt, es gibt keine höhere Klasse. Gott hat gesagt, was ich euch möchte, dass ihr nicht wisst, was ihr nicht erfahren sollt, ist genau die Economy Class. Ich möchte, dass er immer in der First Klasse bleibt. Und jetzt kommt der Böse. Er kann ja nichts anderes. Er kann ja nicht machen, dass der Mensch in die Economy Klasse geht. Das kann er nicht. Er weiß, dass er gemacht ist für die First Class. Also, für die erste Klasse. Also macht er ihn und verführt ihn, indem er ihm meint, zu glauben, dass er nicht in der ersten Klasse sitzt, sondern in der zweiten. Und da ja der Mensch gemacht ist für den Gewinn, für den maximalen Gewinn. Wir wollen maximalen Luxus, nicht halben Luxus. Ja, wir sind für das nach oben gemacht, das Streben, ständig nach Gewinn. Aber wenn du jetzt in einer Klasse sitzt, wo du limitierst bist, nach oben zu gehen, dann entspricht das nicht deinem Bedürfnis. Und so hat Satan nur eine Möglichkeit gehabt, dem Menschen Gewinn und Verlust zu umzudrehen. Ihnen zu zeigen oder glauben zu machen. Und das ist ja das Wunder, dass Adam und Eva im Glauben, im Vertrauen, dass, obwohl sie ja alle sehen, dass sie in der First Class sind, dass sie doch in der Economy Class sind. Das heißt, Gott enthält ihnen das Beste vor. Ist das nicht fies von diesem Gott? Er tut dich in die Economy Class und da gibt es noch eine First Class und er enthält dich, weil er will dich in der Economy Class haben. Und da hat das in Adam und Eva was erregt gegen Gott. Wenn es stimmt. Hätten sie aber nicht geglaubt, hätten gesagt, hey, schau doch an, wir sitzen in der First Class. Gott hat uns nur vor etwas geschützt oder will uns vor etwas schützen, was Economy Class ist, was niedriger ist, was nicht zu meiner Erhabenheit zuführt, das nicht zu meinem Gewinn ist, sondern zu meinem Verlust. Von dem hat mich Gott bewahrt, nicht von einem höheren Gewinn. Der Böse kommt und sagt, nein, nein, Gott bewahrt dich von einem höheren Gewinn. Deshalb iss und dann hast du den höheren Gewinn. So wie der Mensch dazu kommt, einem Geschöpf zu glauben, ist und bleibt ein Geheimnis. Aber er tut es und so sehen wir den Schlamassel. Wir sitzen heute nicht in der First Class. Wir sind heute nicht dort, wo unsere Bedürfnisse gestillt werden können. Nein, nein, wir sitzen weit draußen, dort, wo unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden können. Deshalb kann man ja heute auch sehen, wie diese Welt ist. Sie ist nicht First Class. So, er ändert am Ende, er kann ja Gewinn und Verlust nicht verändern. Ja und nein kann nichts verändern. Das ist der Standard, wie Gott uns gemacht hat. Er ändert aber den Gewinn. Gewinn ist jetzt bekommen und Verlust ist nicht bekommen. Das ist dann die Sache. Und deshalb wollen wir jetzt sehen, die Motivation des Menschen. Aus der Motivation werden wir sehen, die Aktion und dann sehen wir, woher das böse Auge kommt und was das böse Auge ist. Und der erste Punkt, den ich erklären möchte, ist der Egoismus. Ich habe gesehen, es gibt einen Grundgedanken des Egoismus und das ist, ich habe Eigentum. Deshalb ist heute Haushalterschaft so schwierig, weil der Mensch denkt, er haushaltet mit seinem Eigentum. Aber ich denke, spätestens wenn jemand stirbt, wenn er sieht, dass er nichts mitnehmen kann. Das war ja auch des Salomos große Sache, weil er hat zwar Gott um Weisheit gebetet und Gott gibt sie ihm. Aber er hat sein Herz nicht verändert. Und so nutzt er die Weisheit für sich selbst, weil er denkt, sie ist mein. Aber Gott führt den Salomo auf einem wunderbaren Weg, dass er am Ende doch der weise Salomo wird. Nämlich der, der sein eigenes Herz erkennt und erkennt, dass er doch kein Eigentum hat. Aber der Salomo hat gerafft, der Salomo hat gesucht, der Salomo hat sich Schätze gesammelt, weil er gedacht hat, sie sind sein. Und er kam erst ins Straucheln, als er gesehen hat, dass er keinen davon behalten kann. Das steht so schön im Prediger zusammengefasst. So, wer bin ich, ist die Frage. Was ist meine Identität? Was ist mein, was ist das Auge? Was ist das Schalks Auge? Warum ist es ein betrügerisches Element, das blind macht? Und das, was, wenn das, was Sehen machen muss, blind ist, wie groß muss dann die Blindheit sein? So, es ist die Frage der Identität. Warum kann der Mensch kein Eigentum besitzen? Alle Probleme, die der Mensch hat, sind gepaart mit Eigentum. Hätten wir kein Eigentum, hätten wir, ich sage jetzt mal 95 Probleme, 95 Prozent aller Probleme nicht mehr. Aber Stolz und Ergrüßung ist eine Paarung, deshalb geht das immer zusammen. So, der Mensch kann nie ein Eigentum besitzen, weil er nichts erschaffen kann. Eines der größten Tragödien eines Menschen wäre, wenn er sein Kind verliert. Das ist eine Tragödie, wenn ein Kind stirbt. Aber warum macht es dann die Mütter und den Vater krank? Und die anderen auch? Weil man denkt, man hat etwas Persönliches verloren. Weil man denkt, das Kind gehört einem. Und dann geht man sogar und ist böse auf Gott und sagt, Gott, was hast du gemacht? Du hast mir mein Kind weggenommen. So wie die eine Patientin sagte, Gott nimmt die Guten in den Himmel und die Schlechten lässt er auf der Erde. meinen Sohn hat er zu sich genommen und mich lässt er hier. Das heißt, dann steht eine Eifersucht, dann steht eine Konkurrenz mit Gott, wenn ich denke, das Kind ist mein. Und unbewusst denkt jeder Mensch, dass das sein ist. Er nennt es ja sein Kind, er nennt das den Computer, er nennt das Auto, er nennt die Dinge als sein, obwohl sie nie sein können. Deshalb ist, wenn du verlierst das, was dein ist, wenn dein Schatz verloren geht, kommt die Krankheit. Weil du kannst ja nicht verlieren, du musst dagegen vorgehen. Und dieser Zwang, diese Macht, dagegen vorzugehen, das Kind wieder lebendig zu machen, obwohl man niemand kann, das Kind wieder lebendig machen, führt zur Krankheit und zum Tod. Der Mensch muss wissen, da er sich selbst nicht geschaffen hat, kann er sich selbst nicht gehören. Der Mensch muss wissen, dass das Leben nicht sein ist, sondern er lebt es nur, muss er wissen, das ist so. Aber der Mensch in seinem Herzen, in seinem Unterbewusstsein sagt er nicht. Er sagt, es ist mein Leben, mein Körper, meine Zeit. Eine Patientin neulich wollte sich ihre Nase operieren lassen, weil sie ihr nicht gefällt. Und ich habe ihr die Frage gestellt, für wen wollen sie die Nase operieren lassen? Weil sie sieht sich ja nicht. Sie sieht sich ja nur hin und wieder, wenn man in den Spiegel guckt. Aber wie häufig guckt ein Mensch in den Spiegel am Tag? Vielleicht gucken manche viel, manche wenig. Ich schaue wahrscheinlich in den Spiegel zweimal oder dreimal jedes Mal, wenn man zur Toilette geht und sich wäscht. Da schaut man in den Spiegel, ob die Haare noch stimmen. Aber schaut man dann auf die Nase und all das Zeug? Nein, wenn man sieht, sieht man doch die Nase nicht. Für wen? Weil der Mensch denkt, es ist seine Nase. Deshalb müssen wir wissen, es ist nicht unsere Nase. Unser Körper ist nicht unser. Wollen wir das ihm antun, was Gott will? Wollen wir für Gott leben als seine Haushalter? Oder für uns? Für wen wollen wir schön sein? Für wen ziehen wir uns an? So ihr seht, der Mensch denkt, er ist Eigentümer. Weil er denkt, er kann was erschaffen. So was denkt der Mensch, dass er das schaffen kann? Hier, der Stolz sagt uns, ich kann herstellen. Das ist das Übel. Egoismus sagt, ich habe Eigentum. Das ist mein. Der Stolz sagt, ich habe es hergestellt. Aber jetzt ist natürlich klar, dass jeder weiß, auch wenn er sein Haus gebaut hat, dass das nicht seine Herstellung ist. Er hat es ja nur zusammengebaut. Jeder weiß, auf der materiellen Ebene, dass er nichts herstellen kann. Schauen wir uns das an. Wir haben ein Grundbedürfnis Sauerstoff. Das ist ein materieller Ding. Das ist eine Chemie. Kann ich es herstellen? Nein. Aber ich muss es haben. Ich muss es ein- und ausatmen. Welche Methode habe ich, dass ich es zuführe? Das Gesetz sagt, es gibt nur eine. Nehmen, um zu geben. Und es gibt eine Quelle, die Luft. Dasselbe ist mit der Nahrung, mit dem Wasser. Ich kann es nicht herstellen. Ich muss es nehmen, um zu geben, damit ich leben kann, damit ich etwas tun kann. Ich esse. Ich hole mein Essen von außen. Ich kann nicht essen, bevor ich den Tisch nicht gedeckt habe. Und ich muss das irgendwo aus der Natur holen. Aber bei dieser Sache habe ich noch keinen Menschen gefunden, der sehr konfus ist, dass er sich erhebt und sagt, na ja, Wasser ist meine Herstellung. Nein, nein, das weiß jeder Mensch. Er sieht es ja, dass das nicht stimmen kann. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was der Mensch denkt, das er herstellen kann. Die Liebe. Dass wir nett sind zu anderen Menschen. Das ist ja unser Handeln. Atmen ist ja das Tun der Lunge. Aber atmet die Lunge ihren Sauerstoff? Schleust es ihr Material durch? Oder schleust es immer fremdes Material durch? Das Wasser, die Nahrung schleuft den Magen durch und geht in den Körper und ins Blut. Schleust das Blut sein Eigenmittel durch oder schleust es immer fremdes Mittel durch? Und da wir ja das Gesetz wissen, alles in dieser Welt kann immer nur fremdes Mittel durchschläuchen. Nehmen und zu geben, heißt, ich nehme etwas, was mir nicht gehört und gebe es weiter. Etwas, was ich nicht herstellen kann, brauche ich aber, das umzusetzen und gebe es weiter. Aber bei der Liebe denkt der Mensch, das ist sein Herstellung. Der Mensch denkt, wenn er liebt, ist es sein Tun. Ja, er liebt. Er atmet, er trinkt, er isst. Und er liebt auch. Das sind unsere Fähigkeiten des Handelns. Aber in keinem davon handelt man mit seinem eigenen Gut. Würde man das Gesetz verstehen, dann hätten wir kein Problem mit der Haushalteschaft. Dann wäre alles klar. Wir würden nie raffen, wir würden nichts für uns behalten, wir würden alles tun, so wie es kommt, dass wir es weitergeben. Aber da wir denken, wir sind Eigentümer. Nein, nicht nur Eigentümer. Wir sind Hersteller. Macht der Mensch in dem in dem falschen Auge gibt er, um zu bekommen. Hier denkt der Mensch, er handelt so und denkt, dann braucht er ja keine Quelle mehr, wenn er gibt, um zu bekommen. Dann ist die Liebe, dann ist er der Hersteller der Liebe. Und genau das ist das, was der Mensch denkt. Der Mensch denkt, die Liebe ist sein Produkt. Und wenn er denkt, die Liebe ist sein Produkt, es gibt nur einen, der sagt, er ist die Liebe. Wir kennen das in der Heiligen Schrift. Gott sagt, ich bin die Liebe. Weil aus ihm existiert alles. Und wir werden sehen, in irgendeinem Vortrag, der noch folgt, dass nur Gott Liebe sein kann. Nichts anderes. Nur Gott ist die Liebe. Und nur von Gott kann man Liebe nehmen, als Quelle. Einatmen und weitergeben. So wie das Gesetz es vorschreibt. Aber jetzt denkt der Mensch selbst, er ist Gott. Deshalb möchte ich das ein bisschen beweisen. Weil die Patienten kommen und sagen mir, Herr Doktor, ich habe nie gedacht, dass ich Gott bin. Sage ich, ich weiß. Weil wir Menschen sind uns ja nicht bewusst dessen, was in unserem Herzen ist. Und so sage ich, ich gebe Ihnen die Beweise. Der erste Beweis ist, ist das Verhalten des Menschen. Weil Verhalten des Menschen ist nicht etwas Unbewusstes, sondern etwas Bewusstes. Das sieht man. Und ich stelle die Frage, was ist das schlimmste Verhalten des Menschen, was aber dem Menschen am größten Freude macht. Und wir können es sehen, der Mensch ergötzt sich immer an der Machtausübung über andere. Warum spielen Kinder Kriegsspiele? Warum schaut man Filme? In jedem Film geht es immer über Machtausübung über andere. In jedem Gespräch. Guckt euch das an. Alles, was der Mensch tut, ist eine Machtausübung über andere. Und er gibt sich nicht mal Rechenschaft davon. Wenn mich jemand anruft und sagt, er hat herausgefunden, dass sein Partner ihn schon fünf oder zehn Jahre betrügt. Wie reagiert er? Sagt er, na gut, der Partner hat ja das Recht, mich zu betrügen. Er ist ja ein Wesen, das ich nicht steuern kann. Ich lasse ihn. Das ist ja sein Problem, nicht meins. Oh nein, so reagiert der Mensch nicht. Er ist gefangen. Er will jetzt unbedingt den anderen zum Guten zwingen. Wir alle sind verkauft, dass wir durch das blinde Auge, durch dieses böse Auge, wo wir denken, wir sind Gott, wobei wir es nicht sind, auf andere Macht, über andere Macht auszüben. Wenn wir das nicht mehr tun, dann sind wir sehend. Wenn wir das nicht mehr tun, dann ist in unserem Leben alles in Ordnung. Aber solange wir es tun, ist in unserem Herzen immer noch ein Anspruch, über andere Macht auszüben. Weil wenn ich ein Geschöpf, warum würde ich etwas von dem anderen wollen? Warum würde ich ihm überhaupt Macht ausüben wollen, über ihn? Es ist doch völlig absurd. Wir sind doch gleich. Deshalb sagt Jesus, liebe deine Nächsten als dein Gegenüber. Er ist gleich mit dir. Keine Macht ausübung über andere. So hat er es getan. Der ständige Kampf der Geschlechter zeigt, dass die Menschen immer in diesem Machtkampf leben. Warum zerstören sich die Beziehungen heute? Warum ist es jetzt mittlerweile 70% in gewissen Staaten, wo die Scheidungsrate kommt? Und warum? Weil man stärker sein will über den anderen, weil man über den anderen herrschen will, weil er sagt, der andere ist mir schuldig, mich zu lieben. Der andere ist mir schuldig, treu zu sein. Der andere ist mir nichts schuldig, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt, nur ich bin was schuldig. Und wenn wir uns die Kinder betrachten, die Kinder zeigen es am allermeisten, wie stark sie Gott spielen. Sie fangen an zu beherrschen, schon im Mutterleib. Aber wenn sie draußen sind, sieht man es ganz deutlich. Ja, wir mögen meinen, es geht um ihr Bedürfnis. Oh, es geht nicht unbedingt um das Bedürfnis des Essen und Trinkens. Ja, es macht sich bemerkbar, wenn es hungrig ist. Aber nicht das ist das Kindesproblem. Weil wir finden es ja ein bisschen später, wie stark es Macht ausübt und über die Mutter herrschen will. Nicht hört. Das Kind ist doch nicht geboren als Diener. Das Kind kommt nicht auf die Welt in seinem Innersten mit einem guten Auge, sondern mit einem bösen Auge, mit einem Schalksauge. Und es denkt, alles muss ihm zu Füßen liegen. Alles muss ihm ja was bringen. Die Kontrolle ausüben über andere. Man schaut sich die Handys an von dem Anderen. Man will wissen, was er tut. Die ganze Gesellschaft, in der wir leben, geht auf einen Kontrollmechanismus aus. Und man will die absolute Kontrolle über andere. Man denkt, das führt dann einen zur Sicherheit. Jeder ist ein Richter über andere. Niemand würde richten, würde er nicht selber in seinem Herzen denken, ich bin der Maßstab. wenn ich der Maßstab nicht bin, dann richte ich nicht. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Jeder Mensch verlangt Anbetung. Jeder Mensch verlangt Lob, Dank, Respekt, Treue, Ehre, was auch immer. Wieso verlange ich das von meinen Mitmenschen, wenn ich doch gleich bin mit ihnen? Was würde es mir nutzen, wenn sie es mir geben? Aber da ich auf dem Thron sitze, verlange ich das. All was ich tue, das muss mir das Lob und Dank und Respekt bringen. Die Motivation, sein Handeln, das er gibt, bevor er nimmt, beweist, dass er Gott sein muss. Weil es gibt nur einen wesentlichen Unterschied zwischen Gott und dem Menschen. Gott hat keine Bedürfnisse, er ist rund, er lebt aus sich selbst. Also hat er nur eine Sache, er gibt. Er ist der Kreislauf, aus dem alles kommt. Der Mensch ist ein Kanal. Er kann nicht geben, bevor er nicht nimmt. Aber wenn er jetzt gibt, bevor er nimmt, dann muss er sich denken, er ist Gott. Unser Handeln beweist es. Alle diese Dinge beweisen, dass der Mensch in seinem Herzen ein Selbstbetrug lebt. Aber jetzt schauen wir uns an, das ist das Verhalten, es ist allgemein für alle gültig. Und wenn du dich hier nicht siehst, dann musst du blind sein oder du hast perfekt das gute Auge. Aber ich sehe mich hier. Ich sehe mich in meinem Verhalten nicht, weil ich es will. Macht ausübung, ich hasse Macht ausübung und dennoch kommt diese Gottspielerei in mir immer wieder hervor. Ich will Kontrolle, ich richte, ich weiß immer, wie es am besten ist. Und ich weiß, wenn andere Fehler machen. Und ich verlange doch Respekt und Lob und Dank und ich gebe von mir oder nicht von mir. Nehme ich bevor ich gebe. Und das, was ich gebe, beweist immer, woher ich nehme. Aber ich denke, ich nehme aus mir selbst. So schauen wir uns die unterschiedlichen Kategorien von Menschen an. Ich nehme die religiösen Menschen. Sind sie anders wie diese Sache hier? Alle Religionen, bis auf die biblische, sagen in ihrer Doktrin, in ihrer Lehre, dass sie Götter sind. Das heißt, sie sind ein Teil Gottes oder ein halber Gott oder sie kehren zurück zu Gott. Sie alle denken, sie sind ewig. So wie Plato sagte, wir haben uns gefangen genommen in einem tierischen Leib und wenn wir sterben, dann gehen wir wieder zurück und sind wieder Gott. Guckt euch die Theorien an, die Religionen. Glauben alle. Und das ist ja der Grund, woher sie kommen, sie kommen aus ihrem Herzen und sie kommen von Luzifer, der denkt und uns allen einflößt. Wir sind Götter. Und schauen wir uns doch die Religionen an. Haben sie den Charakter der Machtausübung über andere oder sind sie frei? Haben sie den Charakter der Kontrolle Ausübung über andere oder tun sie es nicht? Finden wir beim religiösen Menschen, dass er aufgehört hat zu richten und sich selbst zum Maßstab hinzustellen? Finden wir im religiösen Menschen, dass er nicht verlangt, dass er angebetet wird? Finden wir im religiösen Menschen eine andere Tätigkeit vor? Ist er sich bewusst, dass er vorher nimmt, bevor er gibt? Religiöse Mensch ist es nicht bewusst. Es zeigt zumindest, wir müssen uns ja nur herumschauen. Warum ist die Religion heute nicht attraktiv? Weil sie keine Änderung bringt zu allen anderen. Die Atheisten, Agnostiker, die Kommunisten und wie sie sich alle heißen, sie denken, sie sind geistig unabhängig. Sie wissen ja nicht mal, dass sie einen Geist haben, aber sie brauchen Liebe. Sie denken, sie sind geistig unabhängig. Also gehen sie davon aus, dass sie nicht von einem höheren Wesen wie Gott etwas nehmen müssen. Sie geben die Liebe von sich. Sie geben die Gerechtigkeit von sich. Sie geben alles von sich. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie geistig abhängig sind. Sie sehen nicht, dass sie irgendwo die Liebe nehmen. Das ist blind für sie, da haben sie keine Sicht darüber. Die Wissenschaft, die Wissenschaft ist an sich, ich würde sagen, fast die schlimmste Religion, weil sie glaubt, etwas, was völlig abstrus ist, völlig unverständlich, völlig aus dem, aus der ganzen Gesetzmäßigkeit dessen, was wir sehen können, nämlich dass aus etwas Niedrigerem etwas Höheres sich entwickeln kann. Das heißt, aus einem Buch wird irgendwann mal ein Computer. Das ist, das ist das, das ist das Absurdeste, was man glauben kann. Weil es ist eine Glaube. Und nur wenn, weil aus einem kleinen Samenkorn ein Baum wächst, ist der Baum doch immer noch dasselbe Samenkorn. Ist doch nicht ein anderes Wesen geworden. Da das aus einem Baum eine Schlange wird plötzlich. Das ist absurd zu denken. Das kann man nirgendwo sehen. Aber der Wissenschaftler mit seiner breitesten Fantasie vielleicht, fast noch mehr wie die religiösen Leute, der kommt und sagt, wir sind und haben uns über die Evolution entwickelt. Also wenn ich, ich als Mensch von der Erde gekommen bin, naja, ich habe die verschiedenen Stufen durchgemacht und jetzt bin ich, was ich bin. Dann muss ich ja automatisch das höchste Wesen sein. Dann gibt es ja nichts mehr über mir, wenn ich mich aus einem Niedrigeren entwickelt habe. Also bin ich wer? Gott möchte eins deutlich machen. Das ist ein Baum. Viele Richtungen. Der Baum hat viele Verzweigungen. Eine Wurzel. Der Atheist ist ein Zweig. Oder die Atheisten. Der Agnostiker oder Diagnostiker sind ein anderer Zweig mit vielen Ästen oder Verästelungen. Der Kommunist ist ein anderer Zweig oder Kommunisten und mit seinen Verästelungen. Der Wissenschaftler hat vielleicht hier einen dickeren Ast und er ist auch ein Ast desselben Baumes. Und jetzt kommt der dicte Ast von allen Asten, das ist der religiöse Ast. Aber was unterscheidet sie voneinander, außer dass sie ein anderer Zweig sind mit anderen Blättern oder unterschiedlich, weil jede Blätter sind sowieso unterschiedlich an jedem Baum. Sie haben dieselbe Wurzel. So, was ist die Welt? Ist der religiöse Mensch ein Weltmensch oder nicht ein Weltmensch? Woher weiß ich, ob ich als gläubiger Mensch nicht genauso bin wie die anderen? Das hat mir in der Praxis die Augen geöffnet. Ich habe gesehen, es ist egal, was der Mensch von sich selbst hält. Ob er sagt, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker, ich bin Kommunist, ich bin religiös, ich bin Wissenschaftler, ich bin was auch immer es ist. Und in der Religion haben wir ja tausende von Richtungen, weil es der große Ast, der sich in tausendfachen Sachen verästert. Aber letztendlich zeigt die Krankheit und ihre Denkweise Tupfer gleich dasselbe. Und ihr Verhalten ist identisch. Nun, was macht es da einen Unterschied, ob ich mich religiös oder Wissenschaftler nenne, ob ich mich Kommunist oder Atheist nenne, es macht keinen Unterschied. Solange im Herzen das blinde Auge ist, macht es keinen Unterschied, wer du dich hältst. Du bist ein Ast am selben Baum. Und da kann man noch viel nachdenken darüber. Schauen wir zurück auf unsere Übersichtsgrafik. Wenn der Mensch denkt, er ist Gott, das ist die Brille, das ist das falsche Auge, dann ist es klar, dass er in seiner Aktion gibt, um zu bekommen. Und jeder, der gibt, um zu bekommen, ist im blinden Auge, ist antigesetzlich, weil das Gesetz sagt, nehmen, um zu geben. Es gibt kein Geben, bevor man nicht nimmt. Das ist für ein Geschöpf nicht möglich. Eine Lampe kann nie einen Strahl ausschicken, bevor sie nicht den Strom genommen hat. Niemand kann anders außer nehmen, um zu geben. Das ist das richtige Verhalten. Aber wenn ich jetzt denke, ich bin Gott, dann denke ich, ich gebe aus mir, um zu bekommen, aber der Irrtum ist natürlich groß. Man nimmt, man ist ein Sklave des Mammon, letztendlich der Menschen, der Welt und der Schlange, oder Luzifer, der sich als Schlange verkleidet hat. Aber wenn ich Gott bin, sehe ich nicht, dass ich nehme, bevor ich gebe. Weil das Gesetz kann ja niemand enden. Ein Wasserhahn kann nie eine Wasserquelle werden. Das ist unmöglich. Deshalb, was macht den Menschen, den Christen, den wahren Haushalter, zum Unterschied zu dem nicht wahren Haushalter, dem religiösen, nur das Auge. Und das haben wir in den, das haben die religiösen Menschen nicht verstanden. Solange wir nicht verstanden haben, was falsch ist am Menschen, können wir auch nie die Bibel richtig verstehen. Dann können wir auch den Glauben nicht richtig glauben, weil wir denken, wir dienen Gott. Der Paulus dachte, er dient Gott, indem er die Christen verfolgte. Jeder, der jemanden verfolgt, muss doch wissen, dass er an dem Mammon dient. Jeder, der Zwang ausübt und andere zwingen will, seinen Willen auf, ist ein Diener des Teufels. Ich habe es heute Morgen nochmal gelesen in dem wunderbaren Buch in das Leben Jesu und dort im Englischen auf Seite 488, der zweite und der dritte und der vierte Abschnitt so deutlich wie noch nie. Oh, die Autorin sagt, jeder, der in seinem Verhalten Macht ausübt über diejenigen, die nicht mit ihm einverstanden sind oder die ihn verfolgen, ist und beweist dadurch, dass er zusammen mit dem Teufel arbeitet. Sie sagt, nichts ist ein größerer Beweis als das. Wenn die Christenheit gewaltfrei ist, ist sie eine Dienerin Gottes. Dann ist sie in der Liebe. Die Liebe kennt keine Macht über andere. Die Liebe kennt kein richterliches Halten. Die Liebe kennt nicht, dass ich etwas aus mir selbst tue. Die Liebe hält nichts zurück. sie macht aus einem Mittel kein Zweck, sondern die Liebe macht uns fähig, die Mittel zu benutzen, damit der Zweck, wozu wir gemacht sind, auch erfüllt ist. Lasst uns das klar und deutlich vor Augen führen, besonders der gläubige Mensch. Der gläubige Mensch sitzt auf dem selben Baum wie der Ungläubige und der Ungläubige auf demselben Baum wie der Gläubige und dennoch streiten sie. Und solange sie streiten, beweisen sie, dass sie auf demselben Baum nur unterschiedliche Äste sind. Sie sind kein anderer Baum. Und Jesus selbst hat dieses Beispiel mal genutzt und hat gesagt, ein Baum wird unterschieden vom anderen. Er sagt, nicht alle Bäume im Garten sind vom Vater gepflanzt. So auf welchem Baum sind wir? Sind wir und wissen wer wir sind? Und dienen Gott nämlich nicht nur im betrogenen religiösen Sinn, sondern dienen wir Gott wirklich aus einem Herzen, in dem man weiß, wer man ist, aus dem kein Zwang, keine Gewalt, kein Bedürfnis mehr da ist, über andere zu bestimmen, sondern wo Klarheit und die Liebe Gottes da ist. Und das wollen wir sehen. Ein wirklicher Haushalter ist gewaltfrei. Ein wirklicher Haushalter, der nicht mehr in der Welt lebt, der nicht mehr von der Welt lebt, der ist einer, aus dem die Liebe Gottes kommt. Und wir werden ja sehen, was diese Liebe ist und wie wir daraus handeln sollen. Ich hoffe, wir können unser Herz prüfen an unserem Verhalten, unseren Taten. Es zählt nicht, was du bekennst, bist. Es zählt nur, was aus dir heraus kommt. Weil das beweist, ob du aus Gott nimmst oder aus den Mammern. Aus jemandem musst du immer nehmen. Ganz egal, ob Amen. 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 Amen.